Malibu als Sportwagen oder Buggy bietet einem Kind enorm viel Komfort. Die sehr große und breite Sitzfläche lässt sich im Fuß- und Rückenteil getrennt voneinander verstellen. Fußstütze nach oben, Rückenlehne stufenlos bis in Schlafposition verstellbar. Somit kann dein Kind bestens schlafen. Der Frontbügel ist sehr leicht zum öffnen oder auch komplett abnehmbar. Die vorderen Räder sind schwenkbar und feststellbar und verfügen über ein Dämpfungssystem. Das sehr leichte und hervorragend verarbeitete Aluminiumgestell in Verbindung mit den schwenkbaren Vorderrädern macht jeden Spaziergang zum Vergnügen. Der komfortable und strapazierfähige Bezug lässt sich zum Pflegen und Waschen auch sehr leicht abnehmen. Für den leichten Transport fürs Auto lässt er sich natürlich ultra klein und leicht zusammenklappen. Fertig. Das Öffnen erfolgt über die Sicherung hier unten. Einfach wegdrücken, nach oben mit einer Hand und schon ist er fertig. 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 Fertig.